Polylog TV ist eine exzellente Online-Video-User-Community-Plattform für die erfolgreiche Fernsehreihe der ARD Polylux TV. Ziel ist es, qualitativ hochwertigen Content zu generieren und Meinungen von jungen netzaffinen Zielgruppen zu tagesaktuellen Themen zu sammeln. Durch die Erweiterung zu einer Community-Video-Plattform ist polylog.tv ein Video- und Debattenportal für alle. Mehrere Videoblogs ermöglichen die Interaktion zwischen Redaktion und User. Eigene Videos können hochgeladen werden, Videoantworten und Textkommentare sowie persönliche Favoriten sind in den User-Profilen ersichtlich.